Die NASA hat gerade eine zweite Erde entdeckt. Okay Leute, haltet euch fest und markiert jemanden unter dem Video, mit dem ihr gerne auf diesem Planeten auswandern würdet. Astronomen haben eine super Erde entdeckt, nur 137 Lichtjahre entfernt von uns. Dieser Exoplanet, bekannt als TOI 715 b, ist etwa anderthalbmal so groß wie die Erde und benötigt nur 19 Tage für eine Umrundung seines Sterns. Also alle 19 Tage Geburtstag. Und dieser Stern ist ein kühlerer und kleiner roter Zwerg. Jetzt kommt's. TOI befindet sich in der habitablen Zone, wo Temperaturen flüssiges Wasser ermöglichen. Die Astronomen fanden die Supererde mit dem Test-Zeleskop der NASA. Und Dr. Georgina Dransfield von der Uni Birmingham betonte, dass TOI in einer besonders guten Region der habitablen Zone liegt, wo Leben sehr wahrscheinlich ist. Es könnte sich also um einen sehr CO2-haltigen, grünen Planeten mit dichten Urwäldern handeln. Da er größer als die Erde ist und damit vielleicht auch schwerer, könnten die Alien-Lebensformen aufgrund höherer Gravitation sehr kompakt und gedrungen sein. Zukünftige Missionen wie das europäische Plato-Teleskop sollen erdähnliche Planeten um sonnenähnliche Sterne erforschen. Und diese Mission könnte uns in den nächsten Jahren dann neue Entdeckungen bringen und uns noch mehr Details über TOI 715 b offenbaren. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber meine Koffer sind schon gepackt. Kommt ihr mit? Für noch mehr Infos, klickt einfach hier auf den Channel-Button und kommt völlig kostenlos in meinen Space-Crew-Channel hier bei Insta und verpasst nie wieder Neuigkeiten aus den Weiten des Alls.